Ja, herzlich willkommen. Wir sind nach langer Zeit mal wieder zurück beim Janun-Podcast, damals noch Klima-Challenge, die ist jetzt natürlich quasi vorbei, da das ja nur über den Januar lief. Und genau, wir hatten aber ein bisschen die Hoffnung und wollten den Podcast weiterführen und jetzt haben wir nach der langen Zeit uns doch mal wieder dazu gefunden und ein Thema gefunden, worüber man ein bisschen quatschen kann. Und genau, ich bin wie von der ersten Folge immer noch Michel und heute bei mir habe ich Lisa. Hallöchen, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei bin, nachdem wir das so lange nicht gemacht haben. Ja, ich finde es auch cool. Ja, genau, ich würde sagen, wir erzählen noch mal kurz ein bisschen was über uns. Ich mache noch mein FEJ hier, ich bin nur noch jetzt einen Monat da. Ich habe jetzt meine letzten paar Wochen minus Urlaub, also auch nicht mehr allzu viel Zeit, die ich hier bin. Genau, ich mache wie immer, immer noch ganz viel Social Media und so Online-Präsenz, dafür bin ich zuständig. Genau, so viel zu mir erstmal. Jo, und ich bin Lisa. Ich habe gerade angefangen, also sozusagen Michel geht bald und ich bin gerade gekommen, sozusagen. Wir geben uns ein bisschen die Klinke in die Hand. Ich arbeite seit Juni hier bei Janun als Jugendbildungsreferentin und meine Hauptaufgabenbereiche sind einerseits unser Janun Festival und die Julaika. Das ist so diese Grundlagenschulung sozusagen, die man ja macht, wenn man in der Jugendarbeit tätig sein will. Und natürlich aber auch einfach Bildungsarbeit ganz allgemein. Ja, genau. Und der heutige Podcast kam aus einem gewissen Anlass. Du kannst ja mal vielleicht erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass es jetzt ein Podcast ist und was da so der Weg war. Ja, kann ich gerne erzählen. Ich wollte eigentlich gerne ein Webinar machen und zwar zu dem Thema Verschwörungsmythen. Das Thema hat mich die letzten Wochen und Monate ziemlich beschäftigt. Und gerade im Zusammenhang jetzt eben mit Covid-19 und den sogenannten Hygienedemos, die ja deutschlandweit in ganz vielen Städten und auch hier in Hannover stattgefunden haben. Und mich hat das sehr beschäftigt, dass das so schnell so ein Ding wurde mit so vielen Leuten, die da auf die Straße gegangen sind. Und ich das auch erst mal gar nicht einordnen konnte. Wer geht da eigentlich auf die Straße und so weiter. Und ich das schon auch so wahrgenommen habe, dass das viele Menschen sind, wo ich eigentlich gedacht habe, oder die ich als sehr umweltbewusst und naturverbunden wahrnehme. Und mich das dann irgendwie erschrocken hat, warum die bei diesen Hygienedemos mit am Start sind. Und damit wollte ich mich gerne beschäftigen und habe zu dem Thema ein Webinar gemacht. Und leider hatten wir aber nicht genug Anmeldungen dafür. Ist natürlich auch nochmal eine spannende Frage, woran das lag. Vielleicht wollen uns ja die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer dazu eine Rückmeldung geben. Naja, und wir haben aber dann ja gesagt, wir finden das Thema nach wie vor spannend und wichtig. Und deswegen haben wir gedacht, ihr kommt uns nicht aus. Wir machen jetzt einen Podcast dazu. Ja, genau. Der perfekte Moment, um das wieder zum Leben zu erwecken. Bevor ich hier auch weg bin, dass ich da nochmal zu hören bin und das nochmal umsetzen kann, ist natürlich schon irgendwie cool. Genau. Ja, du kannst vielleicht einfach mal anfangen. So grob vielleicht so, wer das für Leute, also was da für Leute sind, wo du dich vielleicht auch, wie du schon gerade gesagt hast, dass du dich gewundert hast, was für Leute da teilweise, also das habe ich ja auch in meinem Feld mitbekommen vielleicht, dass Leute von, wie du jetzt sagst, die vielleicht umweltbewusst sind oder Leute, die man irgendwie so aus dem Kreis kennt, dass dann die vielleicht nicht unbedingt auf der Demo sind, aber auch schon so ein, zwei Sachen gesagt haben von wegen, so, ja, mal gucken, was da so genau, was da so abgeht. Und bestimmt, ja, genau, kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen. Ja, genau, ich glaube, ich hatte so unterschiedliche Wahrnehmungen. Das eine war wirklich halt konkret auf den Demos hier einerseits in Hannover, also ich war bei so ein paar Gegenkundgebungen, wo man dann ja auch irgendwie den Eindruck kriegt, wer ist da überhaupt am Start auf der anderen Seite sozusagen. Aber auch, es gab ja zahlreiche Videos auch aus anderen Städten, was man so über Social Media mitbekommen hat und so weiter. Und aber schon auch so aus dem, so erweiterten Freundinnen- und Bekanntenkreis, dass man immer mal wieder so, vor allem so Seitenkommentare mitbekommen hat, wo Leute dann halt mal fallen haben lassen, ja, ob das vielleicht doch eher so mediengemacht ist mit dem Virus und mit den ganzen Maßnahmen und ob da nicht jetzt PolitikerInnen eher versuchen, sich Vorteile zu verschaffen und so weiter. Oft so kleine Kommentare, die dann so schwer irgendwie greifbar waren, aber wo ich dann schon immer dachte, oh, irgendwie ist das aber anschlussfähig an problematische Sachen. Und natürlich gerade so das, was ich auf den Demos gesehen habe oder auch Videos, das sind natürlich jetzt Zuschreibungen. Das sind Sachen, die ich von Äußerlichkeiten schließen würde. Aber ich habe da eben schon viele Menschen wahrgenommen, einfach so vom Aussehen her, von der Kleidung her, wie sie sich so gegeben haben, denen ich jetzt einfach zuschreiben würde, dass die eher umweltbewusst sind, naturverbunden, ja, und sich mit Sachen irgendwie auseinandersetzen und eigentlich so einen Anspruch haben, vielleicht auch Dinge irgendwie besser zu machen. Und das fand ich so ein bisschen erschreckend, dass dann aber eben sich da mit zum Teil wirklich offen rechtsextremen Menschen hingestellt wurde, antisemitische Äußerungen geduldet wurden und so weiter. Ja, das finde ich auch immer irgendwie voll schwierig, dann zu gucken, ab wann Leute irgendwie mit Leuten rumhängen, die vielleicht überhaupt nicht auf denselben, also dieselben Ansichten haben wie man selbst. Und was ich mich dann irgendwie immer frage, so auch persönlich, ist, ab welchem Punkt kann ich mit den Menschen so gerade darüber reden und wie gehe ich auf die Leute zu, dann, wie du jetzt sagst, bei so kleinen Anmerkungen, wo man jetzt noch nicht so richtig weiß, so klassische Aussagen wie, kennst du denn überhaupt jemanden, der Corona hat oder so, sowas, was bestimmt viele schon mal mitbekommen haben. Und gut, vielleicht bin ich jetzt gerade eine Person und ich kenne niemanden in meinem engeren Kreis, ja, das hat so, heißt ja noch, also das hat ja schon dann den Unterton von wegen, meinst du, dass es das überhaupt gibt und so. Und dann finde ich es irgendwie mal schwierig, wie gehe ich damit um, wie rede ich mit den Leuten darüber und ich weiß nicht, was denkst du denn dazu? Ja, ich finde auch, also das ist natürlich total die Gratwanderung, also schon mal allein die Frage, wo geht es denn los, wann ist eine Äußerung problematisch und schon auch dieses, also was mich ja vor allem in Bezug wirklich auf diese konkreten Demonstrationen beschäftigt hat, war so die Frage, mit wem macht man denn so eine Veranstaltung und mit wem eben nicht. Und ich hatte da tatsächlich auch rund um diese Veranstaltungen so ein paar Diskussionen mit Menschen, die dort hingegangen sind und als ich die darauf angesprochen habe und gesagt habe, aber gucken Sie mal, da drüben, das sind sehr offensichtlich Rechtsextreme, der Mann dort drüben, der ist bekannter Antisemit, von dem gibt es irgendwie Videos so und der wurde davon, also er hat da auch schon Strafen dafür kassiert und so weiter. Finden Sie das nicht problematisch, dass Sie dann aber mit diesen Menschen auf einer Veranstaltung sind? Und dann wurde ganz oft gesagt, so nach dem Motto, naja, also das teile ich natürlich nicht, aber in anderen Punkten sind wir uns ja einig und für die gemeinsame Sache kann man das ja machen. Entweder das war die Argumentation so ungefähr, wenn man sich auf einen Punkt einigen kann, dann kann man den Rest ausblenden, was ich halt bei vielen Sachen, die dort so gesagt und praktiziert werden, super problematisch finde. Oder das andere, was ich erlebt habe, die andere Argumentationsform war, das total klein zu reden und zu sagen, nö, also ich habe ja von denen noch nichts mitbekommen, für mich ist das nicht so offensichtlich, dass das irgendwie Rechtsextreme sind und genau, also dann eher so ein Tenor von wegen, naja, und man dürfte ja heutzutage eh gar nichts mehr sagen, weil man ist ja sowieso gleich ein Nazi. Also entweder so ein Relativieren oder so ein In-Kauf-Nehmen und das fand ich daran super schwierig und hatte dann aber auch das Problem, also du wolltest ja darauf hinaus, wie geht man damit um? Ja, ich fand beides total schwierig, also weil wenn sie angefangen haben, das zu relativieren und klein zu reden, dann konnte ich ja nichts anderes machen, als zu versuchen, das immer weiter auszuführen. Aber wenn das dann weiterhin nicht anerkannt wird als problematisch, dann kommt man zu keinem Punkt. Und an der Stelle, wo gesagt wird, ich finde aber für die gemeinsame Sache kann man das trotzdem in Kauf nehmen, ist es natürlich auch schwierig, da weiter zu argumentieren. Also ich hatte immer so das Gefühl, man kann sich gar nicht auf gemeinsame Werte einigen und auf so was geht und was geht nicht. Ja, total, das finde ich auch vor allem bei diesem Thema für die gemeinsame Sache was machen, finde ich es auch immer total schwierig. Wir hatten auch, also ich hatte vor zwei Wochen oder so mein Online-Seminar, und da hatten wir mit Fahnen, hatten wir diesen Workshop zum Thema Rechtsextremismus im Naturschutz und da waren dann auch so Fallbeispiele von wegen so, man ist mit Leuten aus dem rechten Spektrum auf einer Demo, aber demonstriert jetzt quasi für einen Straßenbau oder so, der politisch erstmal keinen direkten Hintergrund hat. Und dann finde ich es auch immer total schwierig, wo sage ich, ich will mich mit solchen Leuten nicht auf die Straße begeben oder wie halt, wie du auch das zweite Argumentationsbeispiel hattest, solange man für die gleiche Sache kämpft, ist ja alles andere erstmal egal. Und ich finde das einfach ein super schwieriges Thema mit Leuten, von denen man vielleicht weiß, dass sie nicht oder zumindest nicht in diesem rechten Spektrum stattfinden, dass man zu denen dann sagt, hey, aber guck mal, die und die Leute da hinten, wie du auch gerade schon gesagt hast, so, ich weiß nicht, ich finde es einfach irgendwie, es ist ein super schwieriges Thema, wenn sich dann da aus total verschiedenen Richtungen so Spektren überschneiden. Ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach super schwierig, damit umzugehen. Ja, total. Aber ich finde halt, man muss das dann schon immer in einem größeren Zusammenhang auch sehen und sich fragen, naja, aber was folgt denn daraus? Und ich finde schon, wenn man mal anfängt zu sagen, naja, aber wenn wir uns auf eine gemeinsame Sache einigen können, dann kann man auch, dann können wir auch mit offen rechtsextremen Leuten uns auf die Straße stellen, dann führt das insgesamt einfach zu einer Verharmlosung dessen und zu einer gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz, wo ich sagen würde, dass es die letzten Jahre ja eh schon ganz schön verschoben wurden, was so gesamtgesellschaftlich relevant ist. Und ich, also meine Interpretation ist immer, dass es oft auch, dass Leute sich damit halt auch nicht auseinandersetzen wollen und da die Konfrontationen scheuen. Und das finde ich halt vor allem so bestimmten Positionen gegenüber gefährlich. Ich glaube, da muss man einfach auch Positionen erzielen. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Ja, und was dich ja auch noch doll beschäftigt hat, was du gesagt hast, ist so dieses Verschwörungsmythen-Gerede, so ein bisschen aus diesem grünen Spektrum und aus dem Umweltspektrum, dass, genau, dass es da jetzt öfter ja auf jeden Fall auch irgendwie Personen gibt, die da öffentlich mit auftreten, von denen man ja auch in den Medien mitbekommt, wie jetzt zum Beispiel Attila Hildmann oder der Chef von Rapunzel und all solche Leute. Und dass man da halt irgendwie, genau, das sind ja eigentlich Leute, bei denen zum Beispiel jetzt ich oder vielleicht auch du ja in anderen Punkten Überschneidung hat. Und ich frage mich halt, woher das bei solchen Leuten kommt. Ich kann das nicht so richtig einschätzen. Und vielleicht, dass sie auf der Ebene so nicht richtig politisiert sind. Und dann gibt es natürlich auch noch so in diesem, in Anführungszeichen, Ökospektrum, so Überschneidungen mit so Impfgegnern und so, die ja auch auf diesen Corona-Protesten stattfinden. Ja, woher, also ich weiß nicht, du weißt wahrscheinlich auch nicht, woher das kommt, aber vielleicht hast du da so ein bisschen mehr Input an der Stelle. Also, was ich gemerkt habe in der Vorbereitung auf das Webinar, mir hat das schon mal geholfen, zu versuchen, das alles mal so ein bisschen aufzutröseln. Weil das fand ich bei diesen Demos auch so schwierig. Also so einerseits eben so super unterschiedliche Leute wieder waren, so unterschiedliche Themen wurden da ja auch vertreten. Also das war ja auch nicht nur ein Thema oder nur so eine Verschwörungsmythe, die da irgendwie behandelt wurde, sondern so ganz unterschiedliche Sachen und auch Sachen, die deswegen unterschiedlich oder aus unterschiedlichen Gründen problematisch sind. Genau, eine Sache, die du jetzt schon angesprochen hast, war das mit den ImpfgegnerInnen. Und ich glaube auch, dass das was ist, was gerade so in so einem Umweltspektrum, sage ich jetzt mal, bei vielen Leuten ist, dass man eher skeptisch ist gegenüber Impfungen und sich auch mit so eher alternativen Heilmethoden beschäftigt und so generell ein bisschen skeptisch ist gegenüber Schulmedizin. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine große Schnittmenge. Und ich glaube, was dann oft passiert, ist, dass man, ja, dass es dann irgendwie sehr schwarz-weiß wird und dann ist halt das eine ist nur noch gut und das andere ist nur noch schlecht. Und das ist daran, finde ich, halt so ein bisschen problematisch. Und dann auf den Hygienedemos ging das ja dann auch oft eben in so eine problematische Richtung, dass dann direkt die Rede war von Impfdiktatur und Zwangsimpfungen und so weiter. Also, dass da so ein Szenario schon kreiert wurde und sich dagegen schon jetzt schon gewährt wurde sozusagen, obwohl es ja noch gar keine Impfung gibt. Und das aber ja schon so aufgebauscht wurde von wegen, und dann werden wir alle zwangsgeimpft. Und das wurde dann teilweise ja auch wieder weitergesponnen in, wir werden dann nicht nur zwangsgeimpft, sondern dann werden wir auch gleich noch gechippt und so weiter. Also, dass sich da so, dass da so Szenarien, dass da so Ängste geschürt werden von einem Szenario, was es so aber noch gar nicht gibt und noch nicht mal die Grundlage dafür mit dieser Impfung. Ja, Angstmache-mäßig so von wegen, Bill Gates steckt Geld in die Weltumwelt, äh, Welt, ähm, na, WHO, wie heißt es auf Deutsch? Äh, Welt, ähm, World Health Organization, also Weltgesundheitsorganisation. Mit der Foundation da drin und deswegen bestimmt der, wer die Medizin macht, wo die Medizin hingeht. Genau, dann so, ja. Ja, und ich finde halt, also ich finde das an sich total gut und das macht ja auch total Sinn, ähm, jetzt auch nicht alles, was von der Schulmedizin irgendwie so praktiziert wird, einfach so hinzunehmen. Und das ist ja total gut an sich, das kritisch zu hinterfragen. Aber, ähm, ja, gleichzeitig, ähm, sollte man das halt schon auch irgendwie auf einer wissenschaftlichen Basis, ähm, machen. Und ich finde schon, dass dann teilweise so, dann, ähm, werden halt so alternativere Ansätze zum Teil ja auch total idealisiert. Und dabei wird zum Beispiel teilweise auch, äh, vergessen, dass da ja auch genauso eine Industrie hintersteht. Also, weil oft geht es dann ja gegen die Pharmaindustrie, was ich auch total berechtigt finde. Ich finde, dass es da super viele kritische Punkte gibt. Aber, naja, also auch, äh, Homöopathie zum Beispiel, da steht ja auch, steht ja auch eine Industrie dahinter. Also, ähm, ja, von daher, ich finde, da fehlen dann manchmal so die Zwischentöne oder was generell oft bei so Verschwörungsmythen ja problematisch ist, ist, ähm, dass dann eben so, ja, dass sehr, äh, undifferenziert irgendwie dargestellt wird und dann gar nicht mehr so miteinander, gegeneinander abgehoben wird, ähm, sondern das eine dann richtig ist und alles andere ist falsch. Ja, genau. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Leute dann so sehr schnell in so eine Verteidigungshaltung rutschen, wenn man irgendwie überhaupt die darauf anspricht und so, von wegen so, was darf man denn noch sagen? Oder, ähm, sobald man was, eine andere Meinung hat, ist man sofort, was weiß ich, rechts oder so, was ja, also, was, so würde ich ja nie mit jemandem sprechen, aber die haben dann halt, weil die, glaube ich, auch einfach natürlich auf irgendeine Art auch irgendwie nachvollziehbar durch die Medien dann natürlich schon irgendwie dieses Bild vorgelegt bekommen, von wegen, das ist das, was wir alle so richtig sehen und dass die sich dann vielleicht so ein bisschen unverstanden fühlen, und so, und auch vielleicht auch einfach so ein bisschen aus Trotz gegen die Gesamtheit zu sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt so ist. Und, ja, so, dass man dann auch, egal, also ich hatte dann auch in meinem Umkreis teilweise schon Unterhaltung, wo ich dann versucht habe, obwohl jetzt auch mein Wissen vielleicht nicht allzu wissenschaftlich hinterlegt ist, aber ich weiß schon an zwei Dinge so, und dass die dann gegen diese wissenschaftlichen Fakten sich so dagegenstellen und dann einfach sagen, ja, naja, aber wer hat denn die wissenschaftlichen Sachen gemacht und so, dass die dann alles hinterfragt wird, aber ihre eigene Quelle ja auch irgendwie gar keinen tieferen, so keine tiefere Quelle selber hat, so, und das ist dann einfach, das sind dann, wie du vorhin schon gesagt hast, so Diskussionen, die zu nichts so richtig führen und die dann so am Ende einfach nur so eine Verzweiflung in den Raum stellen und man nicht so, ja, okay, gut, jetzt haben wir uns beide nicht wirklich weitergebracht, so, und, ja, dass man da irgendwie einen Konsens findet, ist für mich irgendwie total schwierig und ich weiß nicht so richtig, was man dann da macht. Ich glaube, das ist aber generell ja so eine, sowas, was die letzten Jahre stattgefunden hat, also auch schon mit dem ganzen Thema Fake News, dass es mittlerweile gar nicht mehr so einen Konsens gibt, was sind denn eigentlich, also was sind denn News, was sind denn irgendwie Nachrichten und was gehört zu einer glaubwürdigen Nachricht dazu und was ist irgendwie guter Journalismus und genauso jetzt eben mit Wissenschaft, also, dass man ja eigentlich sonst so davon ausgegangen ist, es gibt Kriterien, wie man wissenschaftlich arbeitet und das gibt da so gute Kriterien und das wird jetzt irgendwie alles ja zunehmend infrage gestellt so und wenn man sich dann eben nicht mehr darauf einigen kann, was ist denn überhaupt Wissenschaft und was sind Fakten und wie kann ich sicherstellen, dass das richtig ist, in Anführungsstrichen, dann wird es natürlich schwierig, also wenn so diese gemeinsame Basis fehlt, dann wird es total schwierig und ich glaube, dass das auch so ein Mechanismus ist, der da greift oder dass das mit ein Grund ist, warum jetzt so viele Leute auch diesen Verschwörungsmythen anhängen, weil ein Mechanismus, wie das funktioniert, ist ja, du entdeckst diesen Verschwörungsmythos, diese Theorie in Anführungsstrichen und diese Theorie ist aber ja keine wissenschaftliche Theorie. In der wissenschaftlichen Theorie ist es ja immer so, du stellst eine These auf und dann versuchst du, die zu widerlegen und selbst wenn das funktioniert hat, sagst du ja immer, die Wahrscheinlichkeit ist so und so viel Prozent und selbst wenn sie 99,9 ist, man geht ja immer davon aus, okay, das ist der Wissensstand jetzt und das kann sich irgendwie verändern und es geht in der Wissenschaft ja immer um irgendwie einen Lernprozess und das immer weiter zu verfeinern. Und bei diesen Verschwörungsmythen geht es aber ja darum, dass man eh schon eine Annahme hat und einfach alles dafür tut, diese Annahme immer wieder zu bestätigen. Es geht überhaupt nicht darum, diese Annahme wirklich zu belegen, sondern es geht darum, sich das einfach immer wieder selbst zu bestätigen und dadurch entsteht halt so eine geschlossene, eh schon in sich geschlossene Sicht und dadurch entsteht natürlich auch diese Wahrnehmung von, ja, ich habe die Wahrheit jetzt erkannt und ich habe alles verstanden und wer nicht mit mir übereinstimmt, der ist falsch, der ist auf der falschen Seite, der ist irgendwie gegen mich und ich glaube, warum das so verfängt ist, weil Leute dann das Gefühl haben, in so einer Welt, die halt super komplex ist, was jetzt mit Covid-19 ja auch wieder so war, zu merken, oh mein Gott, da ist auf einmal so ein weltweites Virus, also ist ja auch total klar, dass das Leute verunsichert, aber dann gibt das natürlich Sicherheit, wenn du denkst, okay, ich habe da jetzt eine Erklärung für alles gefunden, ich bin auf der richtigen Seite, das gibt dir Sicherheit und aber auch so ein Gefühl von, du bist irgendwie halt besser als andere Leute und ich glaube, dass das was ist, was voll viel verfängt und das ist jetzt eine sehr steile These, die ich aufstelle, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich, aber das ist ein Erklärungsansatz, denn ich hatte so Schnittmengen auch mit so eben diesem Öko, dieser Öko-Bubble, weil ich finde, da sind oft ja auch so Tendenzen zu so Leute, die sich sehr viel damit beschäftigen, die ein hohes Umweltbewusstsein haben, die versuchen, sich in allen Bereichen nachhaltig zu behalten, dass da ja auch öfter mal der Vorwurf ist, man geht so mit so einem erhobenen Zeigefinger irgendwie durch die Welt und erzählt anderen Leuten, wie sie es zu machen haben und denkt, ich bin irgendwie besser, weil ich das halt mache und mich an so Sachen halte und das ist mit so, und da habe ich so wahrgenommen, dass das oft so eine Einstellung ist, die halt Menschen, die an so Verschwörungsmythen glauben, halt auch haben, so dieses, ja, ich habe es halt gerafft und ihr nicht und deswegen bin ich halt so ein bisschen was Besseres. Ja, klar, bestimmt Leute, wie sie so da rangehen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, und ich glaube, dass dann halt auch irgendwie so ein, naja, so ein überzeugendes Ding ist, ist halt erstmal genau, wie du sagst, man hat jetzt eine andere Aussage gefunden, die einem alles irgendwie erklärt und die ist dann natürlich auch oft irgendwie verbunden mit irgendwelchen Leuten, die viel schlaue Worte sagen, sich vor die Masse stellen und sowas hat man ja, okay, auf der Medienseite in Anführungszeichen, so klar hat man jetzt einen Drosten oder so, aber der ist natürlich immer noch irgendwie mit den Medien in Anführungszeichen in einem Boot, der ist keine eigenständige Person jetzt für die Leute, die sowas anzweifeln und dass man bei diesen Verschwörungsmythen dann immer so vier, fünf, Menschen, Personen hat, die sich dann irgendwie, was weiß ich, auf YouTube oder von mir aus auch auf der Straße groß hinstellen und halt so mit breiter Brust nach vorne gehen und so und dass sowas natürlich auch einen Effekt einfach auf Menschen hat und ich glaube auch, dass durch solche Personen einfach so Leute da reingeholt werden, die vielleicht sich gar nicht irgendwie da befinden oder auch vorher vielleicht gar nicht damit auseinandergesetzt haben, egal auf welcher Seite jetzt und dass sowas natürlich auch irgendwie so eine, das mobilisiert ja auch irgendwie Menschen, wenn du da siehst, der hat, was weiß ich, ein großes Bücherregal hinter sich stehen und da stehen ganz viele schlaue Bücher, der wird ja schon wissen, was er da sagt und dass sowas halt auch, glaube ich, super gefährlich ist und so auch wenn ich mir solche Leute angucke, so Leute zuhören, so das hat natürlich schon einen Effekt auf einen Menschen und man muss dann halt einfach gucken, so was sagt er da, woher hat er die Sachen, die er sagt, vielleicht einfach mal ein paar Worte, die der oder die Person in den Mund nimmt, einfach mal googeln, gucken, wo da die Quellen liegen und einfach mal so ein bisschen sein eigenes Bild suchen und nicht einfach dem Menschen irgendwie so alles aus dem Mund nehmen und zu sagen, ja, ja, das wird schon richtig sein, wenn der das sagt oder die das sagt. Ja. Voll. Das ist natürlich auf jeden Fall super, also auch wieder super gefährlich, wenn sich das an so Einzelpersonen irgendwie festmacht und da dann ja auch so ein bisschen so ein Personenkult irgendwie entsteht. Ja. Finde ich auf jeden Fall auch super kritisch. Und ja, und ich finde, wie du schon sagst, man muss dann halt einfach sich auch nochmal selbstständig irgendwie damit beschäftigen, mal irgendwie gucken, worauf bezieht sich die Person denn überhaupt? Und ich finde auch da wieder, wie vorhin schon gesagt, halt schon auch sehen, was macht das denn in so einem größeren Zusammenhang? Also zum Beispiel, du hattest ja schon kurz angesprochen, es gab ja auch so einen kleinen Skandal sozusagen um den Geschäftsführer von Rapunzel und Zwergenwiese, der hatte auf der Unternehmens-Homepage ja so Wochenendbotschaften veröffentlicht, hat die mittlerweile aber auch wieder gelöscht und hat sich davon distanziert. Wobei man auch sagen muss, er hat sich halt nur distanziert von seinen Aussagen, die er eben auch in Bezug auf Zwangsimpfungen angebliche getätigt hat. Aber in diesen Botschaften hat er halt schon auch noch andere problematische Sachen geschrieben. Und eine Sache war nämlich, fand ich zum Beispiel, dass er auch immer wieder sich so zu Meinungsfreiheit geäußert hat und also Aussagen getätigt hat, die man halt auch ganz viel rund um diese Hygiene-Demos gefunden hat und die man halt, finde ich, sonst eher auch aus so einem sehr rechten Spektrum kennt, dass er nämlich auch immer wieder so getan hat, also so davon geschrieben hat, dass ja alle Andersdenkenden irgendwie mundtot gemacht werden sollen und so dieses, ja, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen, also so dieser O-Ton. Und ich finde, sowas ist halt super problematisch, sowas wiederzugeben, weil das eben was ist, was man vor allem aus einer extremen rechten Seite irgendwie kommt, also wo sich ja auch immer so inszeniert wird, von wegen, wir dürfen ja gar nichts mehr sagen. Und ich finde, also wenn man sich jedes Wochenende irgendwo hinstellen kann und sagen kann, nee, wir dürfen das aber gar nicht mehr sagen oder auch wie hier der Führer von, der Geschäftsführer von Rapunzel, der halt einfach mal solche Botschaften veröffentlichen kann über die Unternehmens-Homepage und das was weiß ich, wie viele Leute erreicht. Also das ist einfach absurd, dann so ein Szenario aufzubauen, als würde man jetzt schon nichts mehr sagen dürfen und auch da wieder dann so zu tun, als würde das in Zukunft noch viel schlimmer werden und so Klischees zu verbreiten von wegen Lügenpresse und so. Ich finde schon, dass man da nochmal, wenn man sowas sieht, da auch nochmal drauf gucken muss und das schon in so einem gesamtgesellschaftlichen Kontext sehen muss und sich fragen muss, okay, aber was für Leuten und was für Ideologien wird da eigentlich so der, mit der Wegbereite. Und das macht natürlich dann Sachen auch wieder komplex, aber ja, sorry, also so ist es halt. Ja, genau diese Komplexität ist natürlich auch irgendwie immer so ein schwieriges Thema, weil man muss natürlich auch trotzdem sehen, dass einfach jetzt nicht alle Menschen die Möglichkeit haben, sich zu diesen Themen zu informieren und dann ist halt irgendwer oder irgendeine Person, die im Fernsehen was sagt, die Quelle, die du hast und wenn du den ganzen Tag arbeiten musst und abends nach Hause gehst, dann hast du halt keine Zeit mehr, dich damit auseinanderzusetzen und das ist dann irgendwie halt schwierig, so jetzt für mich zum Beispiel als Person, die viele Möglichkeiten hat und einfach gesellschaftlich privilegiert ist, dann zu Leuten zu sagen, wo ich jetzt den Hintergrund gar nicht kenne, so, nee, informier dich mal, so, das finde ich dann halt immer, das ist natürlich auch irgendwie ein Aspekt, den man vielleicht oft vergisst, der auch irgendwie mit einbezogen muss und deswegen, ja, so dieses, man soll sich informieren, ja, aber ist halt die Frage, wie holt man Menschen ab, die vielleicht einfach nicht die Ressourcen haben, sich zu solchen Themen zu informieren und solche Leute sind natürlich immer benachteiligt und ich weiß nicht, ich finde es einfach schwierig, dann auf der einen Seite, klar, es gibt Personen, wo ich weiß, die haben die Möglichkeit dazu, mit denen kann ich dann auch reden und auch gerne sagen, ja, google das mal oder mach mal das und das, aber genau, wie mache ich das mit Leuten, wo ich eigentlich ganz genau weiß, dass da einfach keine Ressource und keine richtige Möglichkeit hintersteckt, das finde ich halt auch total schwierig. Ja, ich glaube, das hat mich aber tatsächlich auch, gerade bei diesen Hygiene-Demos, so überrascht, dass dann eben meine Wahrnehmung so war, dass da eben viele Menschen sind, denen ich eher zuschreiben würde, an sich eben schon eher so kritisch, das Bewusstsein zu haben und eher aus diesem Umweltspektrum zu kommen und da muss man wiederum sagen, dass das ja oft eher Leute sind, die aus so einer Mittelschicht, behobenere Mittelschicht kommen, eher hohes Bildungsniveau und so weiter und das fand ich, glaube ich, nämlich daran eben auch nochmal so erschreckend, dass ich dachte so, okay, wie geht das denn und ja, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ich glaube auf jeden Fall, dass man das mitdenken muss, dass da Leute sehr unterschiedlich Möglichkeiten haben, sich zu bilden und sich zu Sachen zu informieren, ich glaube aber andererseits, dass das zum Beispiel, also auch bezogen auf so Rechtsextremismus und so, ist das halt auch oft so eine Fehlannahme davon auszugehen, dass Leute, wenn sie besser gebildet sind, dann nicht solche Ideologien anhangen, und so und glaube ich ja oft so ein, ja dann auch so ein Stereotyp, der irgendwie bedient wird, so vom dummen Nazi, jetzt kann ich es blöd gesagt. Der sich ja auch auf jeden Fall, also was ja natürlich irgendwo herkommt, aber wo man natürlich mit Vorsicht umgehen kann, weil gerade jetzt irgendwie die neuere rechte Szene sich ja genau gerade nicht so darstellt und auf jeden Fall auch nicht so zu erkennen ist, weil natürlich durch die letzten Jahre auf jeden Fall viele Leute irgendwie an größere Positionen gekommen sind, die auf jeden Fall eine hohe Bildung haben und auf jeden Fall zu der mittleren Oberschicht, wenn nicht sogar zu der normalen Oberschicht gehören, so da muss man auf jeden Fall, ja das auf jeden Fall unterscheiden und da auf jeden Fall gucken, wo man dann von einem Stereotyp ausgeht und wo das vielleicht schon einfach gar nichts mehr damit zu tun hat. Ja, voll. Total, und ich verstehe aber trotzdem auch voll, worauf du hinaus willst und finde es aber natürlich, also gerade als Bildungsreferentin und Bildungswissenschaftlerin natürlich auch total spannend, dass man sich vielleicht schon auch mal fragen muss, okay, was kann denn aber wirklich Bildung? Ja. Was, also gerade in Bezug auf so problematische Einstellungen oder Ideologien, was kann man damit Bildung erreichen? Wie muss diese Bildung aussehen? Und was braucht es aber vielleicht eben noch über Bildung hinaus, um dafür zu sorgen, dass so Gesamtgesellschaftlich halt eben nicht so ein Klima entsteht, wie es gerade im Moment ist, dass Leute halt eben bereit sind, solche Allianzen einzugehen und sich mit bestimmten Leuten auf die Straße zu stellen? Ja, voll. Ich muss mal eben ein bisschen auf die Zeit gucken. Jo. So schnell verquatscht man sich schon eine halbe Stunde und das geht immer viel schneller, als man denkt. Voll. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so richtig ein Fazit kann man da schwer immer ziehen. Das ist irgendwie, es ist immer ein Thema, was sich weiterentwickelt und alles, was man letzte Woche gesagt hat, kann vielleicht nächste Woche schon wieder widerlegt sein oder sich total verändert haben. Deswegen ist das, glaube ich, auch einfach so ein spannendes Thema, worüber man einfach viel reden kann und auch viel reden sollte, glaube ich. Und ja, genau, ich überlasse dir nochmal das Wort. Vielleicht willst du noch irgendwas an unsere Zuhörer richten? Ja, ja, super, gerne. Gerade nochmal in Bezug auf Hygiene-Demos, das nimmt ja im Moment immer weiter ab. Also einfach, weil ja ein Anlass für viele Demos war ja so, auch gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren und dadurch, dass es jetzt ja immer weiter gelockert wird, ist so mein Eindruck, dass diese Demos ja auch immer mehr an Zulauf verlieren. Aber ich glaube eben, das Problematische ist genau das, worüber wir jetzt ja ganz viel gesprochen haben. Warum haben Menschen eigentlich kein Problem, damit sich mit so offensichtlich problematischen anderen Menschen oder Menschen, die problematische Ansichten vertreten, auf die Straße zu stellen? Und das ist ja was, was weiterhin da ist, auch wenn diese Demos nicht mehr da sind. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich da mit Sachen zu beschäftigen, vielleicht auch nochmal zu gucken, was wurde da denn eigentlich gesagt und was ist daran, so problematisch und ja, da am eigenen kritischen Bewusstsein zu arbeiten. Und mit kritischem Bewusstsein meine ich eben nicht, dann irgendwelche Verschwörungsmythen, auf irgendwelche Verschwörungsmythen reinzufallen, sondern ein kritisches Bewusstsein in dem Sinne, sich wirklich mit Sachen zu beschäftigen, sich verschiedene Seiten anzuhören und sich eine eigene Meinung zu bilden. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich würde vielleicht zum Abschluss noch sagen, jeder, der das hier bis zum Ende gehört hat, kann gerne mal vielleicht seine eigenen Erfahrungen in die Kommentare schreiben oder vielleicht, wie er damit umgeht, was da vielleicht in seinem Umfeld passiert ist. Das ist auf jeden Fall immer spannend zu hören, da auch irgendwie in Gespräch zu kommen mit anderen Leuten. Dafür ist das hier ja natürlich auch irgendwie da. Nicht, dass wir hier alles nur vorher erzählen, sondern dass natürlich auch die Meinungen von anderen gern gehört sind. Und genau, dann sind wir mehr oder weniger beim Abschluss angekommen. Wie immer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, dass wir vielleicht jetzt hoffentlich ein bisschen regelmäßiger zurück sind. Und ich hoffe, man hört mich jetzt nicht zum letzten Mal, falls doch was möglich sein kann, da ich, wie gesagt, nicht mehr allzu lange da bin. Ja, wollte ich mich hier bedanken, dass ich diesen ganzen Podcast irgendwie so ein bisschen mitleiten konnte. Und genau, von meiner Seite, Tschüss. Tschüss. Tschüss.